Kann das sein? Es wird immer Leute geben, die sich da einfachen dazudenken. Aber sofern ich weiß, hat es keine Beschränkung. Keine Beschränkung? Nein, auf jeder Spiel. Die Deutschen auch, weil die haben ja so eine strenge Zensur. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht schreiten sie da Greenpeace ein und sagt das mit den Hosen. Das Haseln wird jetzt wegreduschiert und dann ist es dann noch Holzpürt. Also nix länger. Das kann natürlich gut sein. Wobei die Deutschen haben ja oft lustige Sachen, die keiner versteht. Aber die werden schon wissen. Sehr streng jetzt den Zuraum. Da fragt man sich, wieso. Das mit den Haseln. So. Im nächsten habe ich ja... Das teilt mir gut, die Zwischensequenz ist nett. Ja. Schaut lustig aus, gell? Im weiteren Verlauf des Spiels schaut es dann so aus, dass man von Welt zu Welt herum wechselt. Wie soll es so in der Jump-Nurale ist? Wie in den meisten, ja. Und dann ist es eben so, dass jede Welt verschiedene Unterwelten hat, die man dann öffnen kann. Und Mario-typisch kann man dann eben versuchen, alle Sterne aufzusammeln. Und ja. Mir wird es so anstrengend, wenn ich das so schaue. Immer so bergab. Ja, also das ist schon etwas verwirrend vielleicht am Anfang für Leute, die noch keine Experten sind. Ich kann es nur mehr um Stunden handeln. Du kennst einen Jäger. Du kennst einen Jäger. Es kann sie nur mehr um Stunden handeln. Du siehst? So. Jetzt haben wir einen dritten. Ach, wie schade. Ja. Jetzt haben wir sie angefangen. Und jetzt nimmt die Geschichte ihren Lauf. Also man kann sagen, es ist eigentlich so ein Jump-Nurale mit Füßdollerien. Wenn es sowas gibt. Ja, also die Geschichte ist schon dabei. Und es ist auch... Und nicht nur so stupide, auf und nieder, auf und nieder. Nein, nein, nein. Die haben sich schon was dabei gedacht. Man sieht auch, wie viele Zwischensequenzen ständig sind und wofür es ist. Es gibt auch die Möglichkeit mehr über die Charaktere herauszufinden. Man kann schon fast sagen, es ist ein Adventure mit Rollenspiel-Effekt. Fast. Was ich sagen würde, es gibt auch die Möglichkeit mehr über die Charaktere herauszufinden im späteren Verlauf des Spiels. Weil du kannst dann wie ähnlich in Batman Arkham Asylum, das hat man schon gesehen, da gibt es dann einen Modus, in dem man nachlesen kann, um was geht es da eigentlich. Und solche Untergeschichten. Und das ist schon für den einen oder anderen wahrscheinlich für den Fan interessant. Für uns weniger. Aber uns stört es auch nicht, dass es vorkommt. Ich bin da eigentlich schon froh, wenn ich ungeschadet durch die Levels komme. Ja, jetzt habe ich eben die Drehattacke, da kann ich dann schütteln und dann macht er seine Drehattacke, wie wir schon gesagt haben. Klingt jetzt ziemlich unspektakulär, aber im Spiel entfessel ich da meine volle Kraft. Kommen Sie zu Fight Nights Round oder zu... Nein, wie hat das... King of Fighters. King of Fighters. Das hochtechnische Spiel. Ja... King of Fighters, habe ich gemerkt, da warst du nicht so ein riesen Fan davon, gell? Das hat mich jetzt angesprochen, ne? Ich bin ja nicht so begeistert gewesen von dem, was du da geschrieben hast, weil... Da bin ich auch zensiert, ne? Das tut man normalerweise nicht, ne? Der grafische Stil, hat man ja gemerkt, ist nicht unbedingt auf deiner Wellenlänge gelegen. Obwohl das alles handgezeichnet war und riesen Arbeit gemacht hat. Für die Chinesen wahrscheinlich, was da tagelang eingesperrt worden sind. Mach jetzt nicht Währung für andere Spiele, wir sind jetzt aber im Super Mario zu knapp bleiben. Du hast recht. Selten kann ich das sagen. Aha, schaut das noch cool ausgeschaut. Der Flug da. Ja. Die Planeten sind aber ziemlich klein nicht mehr aufgefallen. Naja, zumindest... Kein Fall Unfall, du bist unter Wund. Wir sind jetzt noch nicht wirklich auf einer richtigen Welt mit den Unterwelten. Das ist ein Meteorit, das ist ja gestanden, oder? Mhm. Das ist nur einmal am Anfang die Einführungsphase. Wie lange dauert die Einführungsphase? Ja, schon. Jetzt hast du den Spezialamtpfiff praktisch angegangen. So ist es, ja. Und jetzt bist du abgestützt. Ich weiß nicht. Du hast dein Leben verloren, von drei. Aber nicht allzu viel passiert. Ist noch alles im grünen Bereich. Jetzt muss ich eben die kleinen Dreiecke da aufsammeln. Dann geht's wieder weiter. Und wie man sieht, jetzt muss man auch schon am Anfang ordentlich aufpassen. Und mit der 3-Attacke... Oh! Oh! Oh, wie meine... Wie hast du dich da jetzt, Peters? Ich bin gesprungen. Schaust, gell? Puh! Ist gar nicht so... Ist gar nicht so ohne. Ja, das glaube ich auch. Und was ich auch finde, dass du da gleich das Leben verlierst, wenn du einmal umfliegst oder runterspringst. Ja, also... Ich glaube, ganz ohne Anstrengung wäre es ja auch nichts. Also ich finde das ein bisschen schwer für den Anfang. Also wenn das jetzt Kinder spielen... Ja, das Schwierige ist jetzt natürlich nebenbei zu moderieren. Um zu reden. Ja, nebenbei zu moderieren und zu spielen. Und zu reden wäre irgendwie ein Unsinn. Das ist von uns von dir. Es trifft mich jetzt natürlich heute immer von meiner seriösesten Seite. Ja. Und erzähl mal, was für was sind die Sterne, was du dann einsammelst? Was kannst du damit machen? Weil, wie du siehst, du machst die Dreiecke hinz. Ja. Ich brauche jetzt nur einen, dann komme ich weiter. Du hast den vollen Stern? Ja. Jetzt kann ich wieder da hingehen, dann drehe ich den und dann schießt es mich weiter. Aha. Also falls ich jetzt nicht mehr... Falls mir jetzt nicht mehr ein Fauxpas passiert. Aber es schaut gut aus. Und da hast du ja gar nicht viele Monster. Ja. Den kennt man ja schon aus den ersten Mario-Abenteuer. Nur da waren es noch 2D-Figuren. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht nicht sicher fühlen, ob 3D das Richtige ist für einen. Also ich fühl's gelungen irgendwie. Ja. Ja. Weil es ist halt ein ganz anderer Charme, kann man sagen. Ja, vergleich nicht. Ist die Frage jetzt für mehr Spieler ausgelegt oder nicht? Nein. Das kann man nicht mit mehreren Spielern spielen. Und was jetzt vielleicht ganz interessant ist, was jetzt demnächst rauskommt, wäre das New Super Mario Brothers für die Wii-Konsole. Das ist wieder ein 2D-Abenteuer. Und da kann man zu viert spielen. Ja, das ist super. Und vor allem, wenn du dann mit den Figuren zu viert im 2D-Modus durch die Levelsoft, das macht schon, also ich sag jetzt 2D, es ist schon grafisch ordentlich aufpoliert. Aber du kennst das vielleicht vom Nintendo DS, das hat Bestnoten überall gekriegt. Und dann haben sie sich gedacht, dann portieren wir's einfach auf die Wii-Konsole. Und wie man sieht, hab ich jetzt den nächsten Stern noch befreien können. Und den soll ich auch noch seine ganzen anderen Freunde retten. Also es ist oft so, wenn man dir den kleinen Finger gibt. Dann holst du die ganze Hand. Ja, dann holst du die ganze Hand und sagst, kommst du auch noch meine anderen Freunde retten. Dann rettest du die anderen Freunde und die wollen auch wieder ihre Freunde gerettet haben. Und alle wollen ihre Freunde retten. Ja. Und das geht nicht. Nein. Dann muss man aber so eine Sau sein und sagen, nein, ich kann heute nicht. Ja. Waffen machen wir das nächste Waffen. Oder gar nicht. Oft verschippen wir sie ab und dann sind die Leute nicht mehr. Dann hast du mich aufzuhängen. Ja. Wenn ich irgendwas Computertechnisches brauche, dann sagst du eisehaft, nein, du, ich hab jetzt keine Zeit. Ein Trick ist ja, man wartet einfach so lange, bis ... Bis sich das Problem so selbst hat. So funktioniert das. Jetzt hab ich doch schon meine besten Tricks verraten. Und wie man sieht, die schiere Größe von den Figuren, an sich ist schon ziemlich lustig. Ja. Der öffnet jetzt wieder seinen nächsten Freund. Jetzt hab ich dann hoffentlich schon mal bald genug befreien können. Und wer dann nicht wieder belästigt. Ja. Ja. Nein.